Auf die Plätze! Fertig! Los! Hopp, 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 hopp! Metzger Christian und Kurti Maurer in der Mitte. Und im Hassdruck Daniels Spies und Jakobs Spies. Schaut aus, als täglich Spiesburg fuhren sein. Aber die Village Pippe sind sehr aggressiv im Ruder, aber man sieht, sie sind nicht viel schneller. So, und die Wände. So, Village Pippe, da seht ihr, wenn man zuschaut im Ruder, gehen wir runter. Beide sehr knapp, glaube ich. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Ferdinand Krakhofer, grüß dich, ein treuer Sponsor vom Kaffee.